Hallo Leute, in diesem Video widme ich mal einer Serie auf dem Kanal Global Muslim etwas Aufmerksamkeit, einer Serie, die da heißt, warum wurdest du erschaffen? Ich habe das mal als Playlist zusammengeführt und als Linken unten mal aufgeführt, falls jemand sich das Original ansehen möchte, alle anderthalb Stunden. Es geht los mit einem Trailer, also einem Vorgeschmack. Und cineastisch ist die Serie insgesamt ein Genuss. Naja, es sind halt tolle Bilder als Slideshow, wo die einzige Abwechslung ab und zu malter Texteinblendungen sind, aber mit viel Liebe erstellt und realisiert mit Effekten, die leider auf Dauer etwas zu viel sind und nerven, aber super gemacht und alles auf hohem Niveau. Klasse. Es sind nicht die üblichen Rechtschreibfehler und diese lieblos zusammengestückelten Teile, die man sonst so auf deutschen Dauerkanälen sieht. Auch sind die einzelnen Videos strukturiert und klar mit im Islam üblichen Wiederholungen, aber durchaus gekonnt. Mein Kompliment. Inhaltlich ist das völlig anders. Hier beginnt es mit, es war einmal und die Voraussetzung, dass es Götter geben kann und der Schöpfergott des Islams, der wahre Rechte und richtige, echt und so weiter. Ohne Grundbeweise, eher kindlich eben. Also als Voraussetzung. Aber es ist ja auch gut so. Man muss es halt einfach glauben, hier jetzt, dass es einen Schöpfergott gibt, der Menschen in Handarbeit herstellt und damit diese dann diesen Schöpfer verehren und anbeben. Dauernd. Der das eigentlich nicht braucht, aber es trotzdem tut. Und wer nicht spurt, fliegt raus. Wenn dann alle tot sind. So, diese sechs Videos sollen also erwachsenen Menschen helfen, die Realität, also unser Leben heute und alles um uns herum, einfach zu ignorieren und als Ablenkung sehen. Um uns auf das eigentliche Dasein als knierutschende, bockelnde Nichtdenker zu konzentrieren. So, jetzt gehen wir mal im Video 1 los und gucken uns mal diese Videos als Erwachsene im Europa des 21. Jahrhunderts an. Als Mensch ohne einen Götterglauben. Im ersten Video geht es erst nach fast 1,5 Minuten los mit Geschichten über Zwischenwelten, Seelen und allerlei anderes spirituellem Gesäusel. Der Autor des Videos konzentriert sich ganz auf seine Version der Geschichten. Und ist ja auch gut. Es ist eine klare Linie, in der nicht diese ständigen idiotischen Fragen nach der Entstehung des Universums und diesem ganzen Blödsinn da gefragt wird, sondern die spirituellen Werte des Islam einfach nur gezeigt werden. Als Frage nach dem Warum. Leider fehlt da natürlich so ein bisschen die Sachlichkeit und der Bezug zur Realität. Der Autor hinterfragt daher auch nicht, wie etwas erschaffen oder woraus, welche Prozesse da überhaupt ablaufen. Er setzt es einfach voraus, ohne im geringsten auf die fehlerhafte Logik und die brutale Einschüchterung und Erpressung dieses Schöpfergottes einzugehen. Ganz im Gegenteil, der Kern dieser Botschaft ist klar, sein Leben zu opfern für etwas, für ein unbestimmtes Wesen, welches sich selbst auch noch als allgnädig bezeichnet, aber einem Höllenqualen androht, falls man nicht ständig unsinnige Rituale da vollführt. Als Dank dafür, dass man mit Autismus, Epilepsie oder Polio erschaffen wurde? Mit kurzsichtigen Augen, schweren Beinen, krummer Wirbelsäule, Piepsstimme, zu kleinem Penis oder Busen oder einem schwachen Herzen? Echt? Und das wird dann als Krone der Schöpfung bezeichnet? Naja, also ich würde das eher als ein Garantiefall bezeichnen. Und uns Menschen wird in dem Video jetzt alles untergeordnet, wobei in dieser Darstellung Menschen und Tiere erschaffen werden, wobei irgendwie nicht berücksichtigt wird, dass wir Menschen Tiere sind und es Lebewesen gibt, wo wir heute noch Probleme haben, diese in Kategorien einzuordnen. Aber es sollten schon Pflanzen und Pilze und so weiter mit dabei sein. Aber es gibt ja nicht nur drei Arten, wie hier behauptet wird. Die Videos sind voll mit solchen Wissensdefiziten. Nach fünf Minuten im ersten Video aus einer Serie von 6 werden uns jetzt einige nützliche Dinge aufgezählt, die durch die Erfindungen von Menschen nutzbar wurden oder wie Sterne in weiter Ferne eben nicht. Der Autor reagiert genauso, wie Versuche mit Kleinkindern ergeben haben, dass diese teleologisch, also praxisbezogen, auf Dinge reagieren. Nein, Sterne sind nicht wie Wegweiser angeordnet. Es gibt keine Pfeile am Himmel, die heißen Nord, Süd, Ost, West oder sowas. Wir Menschen haben Konstellationen willkürlich zusammengestellt und benannt. Auch steckt der Autor irgendwie fest in seiner Vergangenheit. Wir haben heute GPS und nicht mehr nur Himmelsnavigation. Heute wissen wir auch, dass Sterne keine Geschosse gegen die Dschinsen und nicht auf die Erde herabstürzen können. Aber so geht das eben munter weiter. Ziemlich albern, kindisch und falsch. Und im zweiten Video geht es etwas schneller los, aber inhaltlich nicht besser. Weil hier rein wissenschaftlich argumentiert wird und faktische Behauptungen aufgestellt werden, ist es leider völlig falsch. Zum Beispiel ist eine Aussage, wie alle und alles preist diesen Schöpfergott, sachlich falsch. Vögel kümmern sich mit verlaubgesagten Scheiß drum und sauen ständig die Kaber voll. Ich selber preise keinen der Schöpfergötter oder was immer und werfe mich nie in Anbetung nieder. Millionen andere genauso wenig. Die Aussagen sind also falsch. Und dann wieder Logikfehler andauernd. Wenn dieser Allah des Islam, wenn der jetzt alles weiß, wie kann dann ein Ungläubiger erschaffen werden, von dem Allah ja weiß, dass er ungläubig sterben wird, schon bei der Herstellung. Und nur um diesen Ungläubigen für das eigene Versagen dann zu bestrafen. Und dann noch behaupten, ich bin allgütig. Das ergibt doch keinen Sinn. Das ist doch völlig unlogisch. Und dann einfach nur so Wind, Wellen, Donner oder was immer als Lobpreisung zu definieren, ist ja nur wirklich albern. Stell dir vor, du bist in einem noblen Restaurant. Also diese Analogie, das ist ja völlig fehlerhaft. Und einfach, das ist ja nur falsch. Ich weiß, was ein nobles Restaurant ist und begehe eine Aktion, indem ich dort reingehe. Ich bin ja nicht einfach, plötzlich bin ich in diesem Restaurant und habe keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin und was ich da mache. Deshalb hat das ja auch mir bekannte Konsequenzen. Dies ist bei meiner Geburt wohl kaum der Fall. Das ist also völlig idiotisch, dieser Vergleich. Und dann, nach acht Minuten, kommt dann ein Höhepunkt der Einfältigkeit. Und für mich, ich weiß nicht, unglaublich simplistisch, diese Denkweise, das verstehe ich nicht. Wenn ich erschaffen wurde, dann ja alles andere auch. Und B, ich wurde ohne Verantwortungsbewusstsein erschaffen, also muss ich auch nichts tun. Und wer mich erschafft, darf auch was dafür verlangen. Ich weiß, ich sollte, bin aber zu faul dazu. Ich wurde als Häuptling erschaffen, leider weiß ich nicht, wie ich danken kann. Verstehe ich nicht. Wozu soll das gut sein? Entweder ich habe Beweise, entweder ich habe tatsächlich irgendwo Hinweise, dass ich erschaffen wurde. Und dann ist es aber auch so. Warum sollte ich denn jetzt ständig da Danke sagen, dafür, dass ich erschaffen wurde? Naja gut. Und der Rest des Videos ist jetzt eine einzige Ermahnung, das Richtige zu wählen, weil einem sonst der so gütige Schöpfergott elenden Qualen aussetzt. Für das eigene Versagen, das haben wir ja gerade gesehen. Also hier muss man den Verstand ausschalten, um irgendetwas zu akzeptieren. Tja, hier im Video 3 wird es auch nicht besser. Der Autor behauptet, Menschen seien erschaffen worden auf einem Planeten und in einem Universum, wo alles für diesen Menschen erschaffen wurde. Und deshalb sollen wir unser Leben in unterwürfiger Dankbarkeit verbringen. Das habe ich ja eben schon gesagt, das ist Quatsch. Und das wird jetzt immer bescheuerter, denn jetzt wird sogar die Evolution auch noch diesem Schöpfergott zugesprochen. Und wie kann ich denn für so viel Idiotie auch noch Zustimmung erwarten? Das darf doch nicht wahr sein. Ich meine, gucken wir uns doch mal die Realität an. 90% dieses Planeten bringen Menschen um. Und alles in unserem Universum ist chaotisch. Und angeblich werden von diesem Gott zum Beispiel, der ja Alkohol so verabscheut, riesige Wolken im Universum erschaffen, die nur aus Alkohol bestehen. Und da das keinen Sinn ergibt, murmelt der artige und volksame Muslim nur, Allah weiß es besser. Ist das wirklich befriedigend, so sein Leben zu verbringen? Im Video kommt jetzt der nächste Logikfehler. Wieso braucht ein perfekter Schöpfergott, der alles vorher weiß, überhaupt eine Prüfung? Deren Ausgang er ja kennt, weil er ja alles weiß. Vorher. Bevor der Prüfling überhaupt erst erschaffen wurde. Und diese Standardrhetorik mit dem Lehrer, die ist doch schwachsinnig. Kinder, denkt doch mal nach. Wenn der Gott Prüfer wäre, dann könnte er ja auch Fehler machen. Und das darf ja nicht sein. Also ist das doch Blödsinn. Also Islamapologeten haben hier noch viel zu tun. Vor allem Denken und mit dem Gehirn und nicht mit dem Herzen. Und hier geht es dann in Video 4 wieder nach gut einer Minute los und gleich rauf auf dünnes Eis. Sehr dünnes Eis. Aber das ist in meinen Augen eigentlich das wichtigste Video dieser Serie. Denn es gibt eine Beschreibung des Paradieses, so wie es sich Männer im 7. Jahrhundert in Arabien wohl vorgestellt haben. So als Dolce Vita, die absolute Belohnung mit Wein, Weib und Obst. Alles easy. Nur kriegen welche ein Riesenproblem. Die Haditen werden durch Mohammed als Sprachrohr von Allah, also Gott auf Arabisch, dargestellt. Und wenn, wie hier jetzt im Beispiel, alle Männer glatt rasiert und mit Make-up rumlaufen, stört es ja niemanden sonderlich. Aber wenn Mohammed, wie jetzt in Dutzenden von Haditen geschehen, das Vergewaltigen von Frauen vor dem Verkauf auf dem Sklavenmarkt gut heißt, dann sollte einem das doch zu denken geben. Sind das denn wirklich die Befehle des Gottes im Islam, die dann ausgesprochen werden durch Mohammed? Die dann nur noch gültig sind für die heutige Zeit und für alle männlichen Muslime? Also da wäre ich eher vorsichtig, bevor ich so etwas behaupten würde. Aber das bin ja nur ich mit meiner Moral eines Ungläubigen. Aber dann nach acht Minuten wird es völlig konfus und unendlich brutal. Aber da habe ich jetzt mal eine Frage. Könnte, theoretisch, ein allmächtiger, allwissender und allgütiger Gott einen Menschen kreieren oder erschaffen oder hervorbringen, der eben diesen Gott anbetet und verehrt und ein friedliches und erfülltes Leben führt und dabei ein paar Rituale am Tag abarbeitet und dann dafür belohnt wird? Ja oder nein? Theoretisch, ja? Ist das möglich? Ja oder nein? Wenn jetzt jemand sagt, ja theoretisch schon, aber der freie Wille lässt ihn scheitern, wo kommt denn dieser freie Wille her? Der kommt doch von diesem Gott, oder? Der vorher weiß, wo dieser freie Wille denn hinführt. Also ist dieser Gott jetzt allwissend? Ja oder nein? Und wenn nein, kann dann ein durch diesen Schöpfer erschaffener Mensch in der Hölle dann eigentlich nein? Denn dieser Gott ist ja allgütig. Oder etwa nicht? Also irgendwie scheitert dieser Gott an allen Kriterien, die er sich ja selber auferlegt hat. Und kann ein allgütiger Gott überhaupt eine Hölle erschaffen? Eine Hölle, in der die Haut qualvoll verbrannt wird, dann erneuert wird und dann einfach nur qualvoll nochmal verbrannt wird. Nur weil der Mensch Zweifel hatte und das Gehirn benutzt hat, um das zu tun, wozu es gut ist. Wirklich? Ist das gerechtfertigt? Ist das dann ein allgütiger Gott? Eine Gottheit. Jetzt sagen wir mal ehrlich. Die Menschen mit so vielen Fehlern erschafft, ist in meinen Augen nicht allmächtig. Und eine Gottheit, die eine Prüfung braucht, die ist nicht allwissend. Und eine Gottheit, die eine Hölle hat, ist nicht gütig und schon gar nicht allgütig. Sorry, aber so ein Wesen wäre für mich kein Gott und daher auch keiner Verehrung würdig. Gehen wir mal zu Video 5, in welchem nach wiederum über einer Minute die geistige Verdummung einfach nur weitergeht. Es geht jetzt um die politische Ideologie Islam, wo das Leben und Zusammenleben von Menschen geregelt wird. Es folgen Plattitüden, stereotypische Darstellungen, einfach nur banale, idiotische Behauptungen. Und hier kommt der Ursprung der heidnischen Rituale sowie der antike Aberglaube zum Vorschein. Das ist einfach nur sinnloses Gebrabbel. Und dann einfach nur mit Wiederholungen. Das ist irgendwie kindisch, ohne richtige Gehirnaktivität. Und warum steht denn im Koran nicht, dass der Besitz von Menschen verboten ist? Oder wie in Artikel 3 des deutschen Grundgesetzes, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Immer. Oder, dass hilfreiches und unterstützendes Verhalten zum Wohle des Menschen besser ist als jedes Gebet. Oder, dass alle Sätze mit Töten, Verfolgen oder Verletzen von Menschen gelöscht werden müssen aus dem Koran. Das wäre doch mal ein positives Angebot. Tja, das kriegen wir leider nicht. Okay, dann kommen wir zum letzten, zum Video Nummer 6. Da gibt es auch nichts Neues. Nach fast zwei Minuten fangen diesmal die Wiederholungen an, ohne Mehrwert oder neue Erkenntnisse. Nur kindische Beteuerungen, alberne Behauptungen, ein Weichspülen von brutalen Bedingungen und eine Bendienungsanleitung, die Mohammed als liebliches Wesen darstellt. fern von allen bösen, blöden, idiotischen und richtig brutalen Sachen, die in den diversen Hadithen und in der Biografie stehen. Der Allsehende und Allhörende Und Allah sieht wohl, was ihr tut. Er weiß, was in die Erde eingeht und was aus ihr herauskommt, was vom Himmel herabkommt und was darin emporsteigt. Es schließt sich daraus, dass der Schöpfer, an den du glaubst, sehr mächtig ist, da er allsehend ist. Nein, ich brauche keinen himmlischen Aufpasser oder eine Gottheit, um ein guter Mensch zu sein. Nein, es gibt nichts, was ein Gläubiger an Positiven für die Menschheit tun kann, was ich nicht auch kann als Ungläubiger. Und meine Frage an dieser Stelle, wieso muss eigentlich eine Gottheit, die alles Wissen in sich vereint, einen einzelnen Menschen 24 Stunden am Tag überwachen lassen, extra Engel abstellen, um das Verhalten zu dokumentieren? Wenn es doch alles weiß. Was macht denn hier noch Sinn? Wie kann eine allwissende, allmächtige und allgütige Gottheit Feinde haben? Wie? Das kann doch kein Moslem ehrlich beantworten. Nein, wir brauchen heute keine Götter mehr und können sie getrost zu den anderen 4000 whatever Göttern in den Ruhestand schicken. Wozu ist denn diese Serie wirklich alt? Wozu ist die gut? Nur um bereits blind glaubende Muslime zu bestärken, damit sie sich besser fühlen? Ich meine, wenn Muslime so schwach in ihrem Glauben sind, naja, vielleicht hilft es ja dann. Weil Nicht-Muslim zeigt es wieder mal, wie wenig Substanz im Glauben im Islam ist. Und warum der Islam so schnell stirbt heutzutage. Das heißt also, nach einem Anfang mit Es war einmal, hört es auf mit dem Erwarteten und wenn sie nicht gestorben sind. Ehrlich. Okay, das war es von meiner Seite zur Frage. Warum wurdest du erschaffen? Wenn dieser Beitrag hilfreich war, dann Daumen hoch, wenn nicht Daumen runter. Was helfen würde, ist ein kurzer Kommentar, warum hoch oder runter? So wie sich halt mündige, erwachsene Menschen verhalten. Danke, bis demnächst.